Der Prime-Tempel verloren. Cain tot. Wie ist das möglich? Niemand kann Cain ersetzen. Aber es ist jetzt meine Pflicht und meine Überzeugung, dass ich die Bruderschaft durch diese Zeiten führe. Und ich sage euch, ihr müsst nicht mehr trauern. Wir müssen aus Trauer Zorn werden lassen und das, was war, vergessen. Sprechen wir nicht mehr von Erlösung. Unser einziges Ziel ist die Rückeroberung des Planeten. Cain? Wir werden uns bald mit General Katar befassen. Ihr Mangel an Vertrauen ist in der Tat bedauerlich und sie wird bezahlen für ihren Verrat. Aber im Augenblick gibt es dringendere Angelegenheiten. Wie habt ihr überlebt? Ich war nicht im Prime-Tempel. Er war bloß ein Köder. Ihr wolltet, dass die GDI die Ionenkanone einsetzt? Redmond Boyle hat getan, was ich prophezeit hatte. Er ist schließlich ein Politiker. Und als Cains Bezwinger ist er jetzt ein Held. Ein Held, aber er ahnt nicht, was er ausgelöst hat. Doch bald wird es die ganze Welt wissen. Denn während wir hier reden, treffen die Besucher ein. Nur die Ionenkanone konnte genug Energie freisetzen, um im flüssigen Tiberium eine Kettenreaktion auszulösen. Die freigesetzte Energie war so außergewöhnlich, dass sie die Aufmerksamkeit unserer Gäste erregte. Genau wie es der Tacitus prophezeit hatte. Die Besucher errichten Türme in aller Welt und wir müssen verhindern, dass die GDI diese Türme zerstört. Es sind nämlich Portale. Torwege zu einer Zivilisation, die uns weit überlegen ist. Es gibt viel zu lernen, mein Kind. Viel für uns zu lernen. In den Randbezirken von Kampala in Uganda ist eine mysteriöse Alien-Armada aufgetaucht. Diese hinterlistigen Bieste haben die dortige Bevölkerung ihren Willen unterworfen. Cain kann sich in dieser kritischen Phase keine derartigen Risiken leisten. Neutralisieren sie diese Kreaturen und erobern sie unsere Stadt zurück. Na dann. Legion, es gibt Informationen über eine neue Alien-Offensive. Streitkräfte materialisieren in den gelben Zonen und unterwerfen die dortige Bevölkerung. Die gelben Zonen sind für die Zukunft von dort entscheidend. Deswegen müssen wir diese Städte verteidigen. Und die bedrohten Menschen. So als wären sie der Prophet selbst. Baut. Bau abgeschlossen. Empfange Nachricht. Legion, Außerirdische sind in diese Stadt eingefallen und die stabilisieren unsere Position in der gesamten Region. Zerstören sie alle Drohnenplattformen und erobern sie die Stadt zurück. Jo, kriegen wir irgendwie hin. So, und das. Dann machen wir den. Brauchen wir da denn die Hand von... Oh, ja. Bau abgeschlossen. Bau aus. Bau abgeschlossen. Ungeeigneter Bauplatz. Bau aus. Neue Bauoption. Bau abgeschlossen. Ausbildung. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Die Bruderschaft vertraut mir. Bau aus. Wir haben die Raketen. Wir haben die Raketen. Abgeschlossen. Einheit befördert. Wir haben die Raketen. Wir haben die Raketen. Ungeeigneter Bauplatz. Zu wenig Energie. Wir haben die Raketen. Ungegesetzt. Baut. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Reparatur neu. Wir weichen nicht zurück. Einheit wird angegriffen. Wir sind bereit. So, dann müssen wir jetzt mal zusehen, dass wir hier noch Lasertürme hinbauen. Nord braucht mehr Land. Baut, baut. Fangen wir an. Nord lässt dich nicht einhängen. Natürlich. Dieses Land gehört Nord. Mal sehen. So, du dahin. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Okay, das ist abgeschlossen, das ist schon mal was. Dann machen wir hier mal gezähnt. Schlagen wir los! Okay, wir sind auch soweit. Ungeeigneter Bauplatz. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Ungeeigneter Bauplatz. Einheit wird angegriffen. So, Kommandozentrale. Kommandozentrale. Damit wir hier am ehemaligen mal die Flüssigtiberiumkerne bauen können. Tiberiumfeld abgebaut. Tiberiumfeld abgebaut. Bau abgeschlossen. Neue Bauoption. Neue Bauoption. Unser Stützpunkt wird angegriffen. So, ich denke, jetzt bauen wir langsam mal hier die restlichen Gebäude. Ja. Reparatur läuft. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Ungeeigneter Bauplatz. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Bau aus. Bau abgeschlossen. Neue Bauoption. Bau abgeschlossen. Neue Bauoption. Bau aus. Bau aus. So, da, da, da. Baut. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ausbildung. Reparatur läuft. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Neue Bauoption. Ungeeigneter Bauplatz. Baut. Reparatur läuft. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Ungeeigneter Bauplatz. Ungeeigneter Bauplatz. Ungeeigneter Bauplatz. Ungeeigneter Bauplatz. Neue Bauoption. Ungeeigneter Bauplatz. Findet ein Ort, der Keynes-Würdig ist. Jawohl. Bau abgeschlossen. Ungeeigneter Bauplatz. Ungeeigneter Bauplatz. Baaut. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Baaut. Na, da, da, da. уг multipliciert, den Einsatzlaubplatz. so machen wir das noch und hier und hier so dann machen wir hier jetzt mal 10 avatare 10 turnpanzer silos benötigt ungeeigneter bauplatz upgrade abgeschlossen bau abgeschlossen avatar bereit upgrade abgeschlossen bau abgeschlossen ungeeigneter bauplatz ungeeigneter bauplatz so so machen wir hier noch den dann machen wir den berlin system check ok die bruderschaft muss wachsen aber bereit umzureichende mittel bau abgeschlossen so bauplatz bau abgeschlossen bauplatz 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 unterbrochen bau unterbrochen unser stützpunkt wird angegriffen So, wie sieht es hier aus? Gut, ich denke, ich werde weiter bauen. Wir sind bereit. Initialisiert. Avatar bereit. Avatar. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Wenn im Gleiter bereit zum abheben. 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 Avatar. Wenn im Gleiter bereit zum abheben. Okay. Wenn im Gleiter bereit zum abheben. Ordinaten erfasst. Verstanden. Wenn im Gleiter bereit zum abheben. Patrouille bereit. Alles ruhig. Irgendwas gesehen? Unser Stützpunkt wird angegriffen. Wenn im Gleiter bereit zum abheben. Ach, der nervt hier ein bisschen. Müssen wir hier an der Seite mal ein Tucken verstärken. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Wenn im Gleiter bereit zum abheben. Stealthpanzer einsatzbereit. Wenn im Gleiter bereit zum abheben. Wenn im Gleiter bereit zum abheben. Wenn im Gleiter bereit zum abheben. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Schießen Sie los. Bau abgeschlossen. Auf Patrouille. Wenn im Gleiter bereit zum abheben. Irgendwas gesehen? Stealthpanzer einsatzbereit. Betriebsbereit. Initialisiert. Wenn im Gleiter bereit zum abheben. Die Wache. Alles ruhig. Wenn im Gleiter bereit zum abheben. Wenn im Gleiter bereit zum abheben. Erfasse Zielen. Starpanzer einsatzbereit. Na klar. Ab und... Unser Stützpunkt wird angegriffen. Zielen. Einsicht wird angegriffen. Verstanden. Bin gleich dort. Na klar. Auf Patrouille. Stealthpanzer einsatzbereit. Verstanden. Wir greifen an. Verstanden. Erfasse Ziel. Ja. Verstanden. Mal ob wir hier drinnen kommen. Ja. Vor die Nappen erfassen. Okay. Bin gleich dort. Stealthpanzer einsatzbereit. Mach die fertig. Unzureichende Mitte. Alles klar. Einheit wird angegriffen. Reinigende Flammen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Initialisiert. Alles ruhig. Koordinaten erfassen. Stealthpanzer einsatzbereit. Schießen sie los. Feuer. Dafür wurden wir ausgebildet. Sie können nirgendwo hin. Holen wir sie uns. Wir haben sie. Mit sie nieder. Stealthpanzer einsatzbereit. Sie können nirgendwo hin. Wir haben sie. Darüber wurden wir ausgebildet. Nähere mich Ziel. Einheit wird angegriffen. Einheit verhoben. Einheit wird auf. Einheit wird auf. Erfasse Ziel. Stealthpanzer einsatzbereit. Bleib dran! Na komm. Mach die platt. Holen wir sie uns. Alles klar. Okay. Unzureichende Mittel. Reparatur läuft. Bleibt dran! Koordinaten erfasst. Verstanden. Einheit wird angelaufen. Ausbildung. Auf Patrouille. Okay. Avatar. Okay, dann warten wir da noch ein bisschen mit. Betriebsbärle. Unzureichende Mittel. Venom Gleiter bereit zum Abheben. Aurokera-Pakete bereit. Waffen initialisiert. Patrouille bereit. Alles ruhig. Ja. Okay. Verstanden. Sammler wird angegriffen. Nähere mich ziel. Auf zu den Kristallen. Hilfe! Die Ernte ist in Gefahr. Dafür wurden wir ausgebildet. Einheit wird angegriffen. Okay. Ja. Bin gleich dort. Okay. Roger. Na klar. Ich habe einen Herrn und kommt damit durch. Geheimdienstdaten aktualisiert. So. Habt ihr rein. Ziel wählen. Einheit wird angegriffen. Aurora-Pakete gestartet. Unterstützpunkt wird angegriffen. Einheit verloben. Venom Gleiter bereit zum Abheben. Avatar. Einsatzbereit. Betriebsbereit. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Ziel bestimmt. So. Ihr geht mal nach da. Irgendwas gesehen? Kümmern euch da jetzt gleich um. Das. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Wir kennen den Barrenweg. Nord lässt dich nicht einhängen. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Auf Patrouille. Baut. Baut. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Schießen Sie los. Bau abgeschlossen. Die Bruderschaft muss wachsgrüne Trenner. Betriebsbereit. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Dann betriebsen dich. Endlich. Venom Gleiter bereit zum Abheben. Einheit wird angegriffen. Dachte ich mir. Bau abgeschlossen. Nords Pläne werden durchgesetzt. Venom Gleiter bereit zum Abheben. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Reparatur läuft. Reparatur läuft. Alles ruhig. Bau abgeschlossen. Bin gleich dort. Wir nehmen uns, was wir wollen. So, du baust dich da auf. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Venom Gleiter bereit zum Abheben. Venom Gleiter bereit zum Abheben. Unzureichende Mittel. Baut. Benom Gleiter bereit zum Abheben. Venom Gleiter bereit zum Abheben. Bau abgeschlossen. Venom Gleiter bereit zum Abheben. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Baut. Baut. Avatar. Schießen Sie los. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Venom Gleiter bereit zum Abheben. Benom Gleiter bereit zum Abheben. Ungeeigneter Bauplatz. Baut. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Reparatur läuft. Reparatur läuft. Irgendwas gesehen? Schießen Sie los. Bau abgeschlossen. Verstanden. Venom Gleiter bereit zum Abheben. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. So. Da noch so ein. Dann. Können wir hier gleich weitermachen. So. Unzureichende Mittel. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Venom Gleiter bereit zum Abheben. Dann brauchen wir hier auch noch eine Waffenfabrik. So. Baut. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Bau abgeschlossen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Ungeeigneter Bauplatz. Abends. So. Da habe ich 3 von dem verlorenen. Machen wir 10 Skorpionpanzer könnte ich noch im Bar gebrauchen In Position Initialisiert Unser Stützpunkt wird angegriffen Stealth-Panzer einsatzbereit Reparatur auf Was gibt's? Auf Patrouille Roger Stealth-Panzer einsatzbereit Na klar Einheit wird angegriffen Unser Stützpunkt wird angegriffen Strahlenkanone einsatzbereit Ich warte Irgendwas gesehen? Koordinaten erfasst Strahlenkanone einsatzbereit Verstanden Wir greifen an Wir haben sie auf dem Radar Verstanden Roger Strahlenkanone einsatzbereit Armin im Visier Nähere mich Ziel Feuer Verstanden Verstanden Wir greifen an Einheit befördert Unser Stützpunkt wird angegriffen Einheit wird angegriffen Sooo Mach mal hier der Basis Mach mal hier der Basis doch mal den Garaus Strahlenkanone einsatzbereit Roger Verstanden Wir greifen an Unser Stützpunkt wird angegriffen Verstanden Strahlenkanone einsatzbereit Verstanden Wir greifen an Strahlenkanone einsatzbereit Ja Wir haben sie auf dem Radar Strahlenkanone einsatzbereit Einheit verlobt Wir haben sie Erfasse Ziel Einheit befördert Verstanden Strahlenkanone einsatzbereit Verstanden Verstanden Erfasse Ziel Ja Skorpion ist bereit Wir haben sie auf dem Radar Geheimdienstdaten aktualisiert Verstanden Wir greifen an Wurde die Nacken erfasst Lass du ohne Schiff hängen ab Okay Ja Okay Erfasse Ziel Einheit befördert Verstanden Wir greifen an Skorpion ist bereit Na klar Nähere mich Ziel Wir sind drüben Wir hauen ab Ja Lauf dir Erfasse Ziel Haben ihn im Visier Skorpion ist bereit Einheit verlobt Alles klar Ja Okay Verstanden Wir greifen an Vor die Nacken erfasst Roger Verstanden Initialisiert Betriebsbereit Avatar Waffen initialisiert Sooo Ich warte Kommt du aber Werstig da noch Skorpion ist bereit Tiberium fällt abgebaut so ich glaube ich speichern mal nicht dass mir das jetzt irgendwie noch um die ohren fliegt was ich zwar nicht glaube aber man weiß ja nie die betriebsbereit zielerfasst zielbestimmt jetzt sind sie dran jetzt sind sie dran dachte ich mir legion ich rede zu dir und nur zu dir erstens du weißt du bist mehr als nur ein neutrales netzwerk dein design entstand dem tacitus selbst du bist verbunden mit dem artefakt so und nun zweitens jetzt wo die türme der besucher fast fertig sind beginnt der tacitus ein signal zu das nur du fähig bist zu empfangen du musst ihn finden und bergen der tacitus ist der schlüssel zur erlösung und mehr noch du kannst nicht jedem trauen mein kind sei vorsichtig die selbst ehrlichen menschen aus dem weg denn auch sie können irren fange nachricht dieser gewaltige außerirdische ist eine gefahr für alle nordeinrichtungen in dieser region zerstören sie ihn waffen initialisiert neues bonus ziel bauen sie den redeemer machen wir sofort waffen initialisiert vorwärts zielbestimmt bau abgeschlossen tiberium ist nacht die bruderschaft vertraut mir transport unterwegs so du fließt mal da hin guck wir bringen euch hin nähe mich ziel jetzt Ich glaube zwar nicht, dass ich den jetzt noch brauche, aber... So, speichern. So, 32,5 Minuten. 179 Einheiten zerstört, 39 verloren. 53 Gebäude zerstört, 5 verloren. Alle Hauptziele, alle Nebenziele und alle Geheimdienstinformationen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage Tschö, bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da. Vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren, um auch zukünftig keine weiteren Videos mehr von mir zu verpassen. Und aktiviert das Glöckchen. Tschö, bis zum nächsten Mal. Singla. Tschö, bis zum nächsten Mal. Tschö, des notes Mal. Da, uns in der Ausfluss. Denn die Ausfluss. Vielen Dank.